Oah tut das gut, so eine schicke Dusche Du wirst ja duschen? Ja Da kommt der 14 Inspektor mal vorbei Oh nein, jetzt kommt schon wieder der 14 Inspektor schon 15 Mal und heute schon und genau dann wenn ich dusche Tut das gut, hier zu duschen Was macht die Tschökk? Ich höre Schritte von draußen was ist da los ich hoffe hier kommt jetzt keiner rein so Prozent Prozent so Maas zurück wird Prozent Prozent es sollte sein wie es heute ist ein Riesenpädelser aus Prozent und das Prozent wenn das dann in die Knarre Nein, Junge, runtergehen und dann immer mal ein bisschen nach vorne drücken. Wuhu! Junge, nein, nimm die Knarre. Nimm die Knarre. Ey. Boah, Dave, lass it. Tja, 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 tja.